Willkommen zu einer neuen Folge, wir kennen den Manga. Wir haben heute hier eine schöne Leinwand, Alter, ziehen eine Karte, zeichnen den Manga und die anderen müssen erraten, welcher Manga gemeint ist. Wir haben zwei Teams, soll ich einmal mit eins? Zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Und eins. Und wir beginnen. Es geht los mit Runde 1. Ach du Scheiße. Es fängt schon Hammer an. Okay, 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 okay. Warte, 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 warte. Ist das ein Koch? Mit Schokotensel. Ein Hund? Fullmetal Alchemist. Nee, nee. Hey, Chainsaw, aber nein. Maki, Mann. Falling Evil. Es geht um Manga, nicht um Charakter. Wir müssen Manga haben. Ja, okay, mach weiter. Wie ist das, der Hunde? Mh, 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 mh. Äh, warte. Death Note. Was haben die Hunde dazu? Nein, warte, warte. Hier. Ja. Mh. Check die Abel. Das hängt wirklich mit dem letzten Manga an. Warte. Check das. Vor allem redet Daniel übrigens die ganze Zeit. GGO. Ja! 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 GGO! Hä? Ja, guck mal. Leere und auf den Arsch gucken. Ja, ich check's schon. Ich hab nur noch 10 Sekunden, deswegen ist das egal. Aber hä, wieso meistens zwei Hunde bei GGO? Hä, das ist ein Schüler. Was? Das ist ein Schüler, Digga. Zwei Hunde an der Leine. Ich schwöre. Hä? Der Linke ist doch selb. Ich dachte, die meisten Koch und zwei Hunde an der Leine. Nein, das ist dieser Absolventen-Rut. Was ist das für ein Rechtseigner? Das ist so ein leerer Stoff. Digga, das war was für Dinge. Okay. Dieser Arsch mit den Augen, Digga. Ich schenke ja gar nichts, Bruna. Hier hat der erste Spanner, der die Unterwäsche von den Schülerinnen. Ja, da hab ich's gewusst. Das ist ein Geror, aber das ist ein Osterlose. Ach, jetzt schon. Hä, Digga, okay. Der schaut mit den Augen drauf. So, ich misch nochmal gut durch hier. Vor allem, ich dachte, wir schaffen so vier irgendwie. Ich dachte die ganze Zeit, du siehst das alles viel zu einfach. Und, go. Oh mein Gott. Das sind fünf Stück, ja. Ja, machst du noch größer, ne? Äh. Ist das ein Windlandsager? Hä? Blue Giant. Richtig. Oh, hä? Oh, Alter. Das ist Saxophon. Hä, aber nicht schlecht. Ich steig, ich steig. Ja, genau, genau, genau. Hä, voll gut. Soul Eater. Death Note. Ja, okay. Death Note? Das ist die Glührein, Alter. Nee, nee. Das ist der Tor. Hä, aber wie hast du das erkannt? Das ist ein Totenkopf und ein Schiedsbuch. Ähm. 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 Geflüter Götter. Geflüter Götter. Ne Climber. Ja. Ich wusste es... Hä, ist mega gut, Alter. Erzählt eigentlich jetzt jemand hier Funktions, oder was? Ja, wir... Na, wir sehen es. Ja, wir sehen es ja auch. Ja, wir... Äh. Pfeil nach oben. Ach, das ist ein Baum. Das ist ein Wald. Nee. Okay. Dragon Ball. Nee. High Cube. Nee. Hä? Ist das ein Wald? Ja doch, ist ein Volleyball. Nach oben. High. High. Karte. Ich weiß nicht warum. Ist die Zeit was mit der Zeit? Ich schaue schon auf die Zeit schlimmer. Beach? Sonneball? Nee. Sonne... Sonneball. Sonnenball. Pfeil Sonnenball. Okay. Bruder! S-A-O, Bruder. Sword Art Online, Bruder. Von Sword? Hä? Das ist doch ganz schwer. S-A-O. Ist doch logisch. Mann, so ist das online. Ja, wegen Globus, Internet, weißt du online, Bruder. Hä? Hä? Wie soll ich auch? Hä? Leute, Leute. Sword Art Online. Also... Erst bei jedem Emoji, bist du aber jetzt, oder? Also... Oh, Digga, scheiße. Sch-A-O. Ach, scheiße. Egal, ich hab aber passiert. Voll gut. Äh, aber aufgeliehen. Aber als du das erklärt hast, war ich die Digga nicht so. Äh, jetzt bei Dogwood allein. Okay, dann. Sieht aus wie Schneeflocken. Äh, Dr. Stone? Ne. Dragon Ball! Hä? Oh! Nein. Ja, aber es sind ja nur fünf. Was? Ey, wir sehen den Nachfolger. Ey, wir sehen's, wir sehen's, wir sehen's. Schau nicht hin, schau nicht hin. Achso, sorry. Ja, genau. Okay, aber ich hab doch nicht gesehen. Ist das auch nicht? Nein, ihr habt alle nicht gesehen. Ey, das ist eine Ente, oder? Das ist ein Vogel. Bart Simpson. Vogel? Äh, äh... Äh... Punpun? Ne, wie heißt dieses Pocaverse mit dieser Ente in dieser Welt? Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Punpun, keine Ahnung. Nein, ähm... Wie meint man den? Das ist ja ein Vogel. Ach, Shangri-La Frontier? Ja, an den hab ich vorhin gedacht. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das, Junge? Ich erwarte sich hier. Irgendwas mit Dinos? Irgendwie Gon-Somäßig? Ne, ne? Hä? Hä? Na du malst immer das gleiche. Mal mal noch einen Vogel drunter. Weißt du? Familie Obervogel. Wirklich. Digga, weißt du für eine Scheiße, Bart? Was hast du deine Vögel da reingetan? Ich check's wirklich nicht. Ich hab's da wirklich gesehen. Biestas! Ne, keine Ahnung. Hä? 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 Ist das nicht Biestas? Ne, das nicht. Digga, was ist das? Ja. Wie check's wirklich nicht? Door. Tür. Internet. Door. Okay, Paus. Was? Dore. Dore. Hä? Mal doch ne Ex und kein Vogel. Digga. Das ist ja ein Vogel. Mal doch den Mund und der Kopf, der in den Mund reingeht. Ja, das wäre doch Picasso, Digga. Mal doch einfach fette Brüste oder so. Weißt du? Du denkst sowas hilft jetzt oder was? Ich hab eins zumindest. Okay, okay. Letzte Runde Team 1. Und, go. Letzte Runde Team 1. Oh, okay. Tori Peak. Handhunter. Komm, die Zeit läuft schon. Digga, 10 Sekunden sind schon oben und ich sehe noch gar nichts. Stopp! 15 Sekunden. Wie macht man das? Okay, ich krieg mit. Okay. Dr. Stone. Scheiße. Mr. Mezix. Einen Lolli. Noch ein Lolli. Dore Doro. Nein, nein, nein. Das sieht sehr sass aus. Oh, ich kenn das irgendwoher. Ist das ein Pokemon Orden? Ich hab keine Ahnung. Also, ich hab wirklich keine Ahnung. Soll das irgendein Logo sein? Ich hab... Achso, das ist keine Ahnung. Hä? Na, Russo Pokedex. War so. Hä? 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 Bro, das ist da. Detective Conan. Ja! Hä? Was? Mach weiter, mach weiter. Mach weiter, mach weiter. Der nächste Zettel nicht. Aber die Zettel macht man eigentlich anders. Hä? Aber was ist das? Mach weiter weiter weiter. Ach du Scheiße. Ach, er ist klein und der ist groß. Ich glaube, es soll eine Fliege sein, aber es ist halt falsch. Oh Scheiße. Ja, okay. Detective Conan. Detective Conan nochmal. Wenn du darauf gekommen bist. Nee, Alter, das bekomm ich nicht hin. Kann ich was Neues ziehen? Nein. Scheiße, das ist immer so viel Zeit. Ach nee. Das bekommst du ja nicht. Nee, keine Ahnung. Ich komm mit Neverland. Dr. Stone. War es doch wahr? Dr. Stone. Nee. Dr. Stone. Erstmal die Hoffnung geben, Alter. Aus, aus. Was war's? Ey, wir haben Conan rausbekommen. Das ist schon 5 Punkte wert, ey. Sollte die Streifen. Ist das die Streifen? Ja, aber mach sie doch andersrum, die gehört. Du hast die Spitzenenden zusammen in der Mitte und Außen mit's Viereckig. Oh, was ist das am Kopf da oben? Was ist das jetzt? Was ist das? Ich hör das jetzt aus. Solo-Lightwheeling. Was? Solo-Lightwheeling? Was? Oh mein Sohn. Und Leve... Also es ist ein Feier. So ein Level abweist. Achso, ja. Okay, okay. Okay. Ne gut, so Leveling ist das auch nicht besser. Also wir haben... Dann ist jetzt Team 2 drin. Wir haben 6 Punkte. 3-0, jeweils 1. Ja, ich werde es ja anwenden, wie viele Punkte wir haben, weiß. Na, ist man. Ey, voll geil. Ach du Schuss. Entschuldigung auf dieses Knien hier, ey. Und... Go! Typ 2 ist dran. So. Hä? Er ist auch Linkshänder. Rechts? Right? Äh, Look Back? Look Back? Was? Digga, keine Ahnung. Was? Äh... Äh... Was soll der Feier? Soll ich es warten? Du? Ja. Pum Pum. Hast du es nicht gerade gesagt? Nein. Du? Was ist du? Was ist du? Ja, ich? Ja, ich. Achso. Ja, aber sie haben ja du gesagt, oder? Achso. Ja, aber sie haben ja du gesagt, oder? Achso. Was ist du? Du hast es nicht so warm. Wenn wir nichts sagen, ich habe auch French. Achso. Achso. Na komm mal. Achso. Was war's nicht? Er hat es sich selber gezogen. Ja. Das war gerade in meinem Kopf nicht dran. Ich habe auch gar nicht... Ich dachte, hey, what the fuck? Was will das denn? Äh, er bleibt klar, wa? Ja. Ja, 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 ja. Bleck, was war's? Ich hab nicht das Leben, Mann. Ah, shit. Ne, noch sogar. Ähm. Ähm. Blubox. Hatschi, mir nückel, nein? What? Hä? Das war auch Mühe, was schon so gut. Hä? Ich weiß wirklich. Ich wusste halt ehrlich nicht, was ich sonst machen soll. Er macht das schon auf. Ja, du. Okay. Punt, Punt. Ich war auch so verwirrt, er sagt so, du. Ja, Punt, Punt. Ich dachte, ich hab ein Wortspiel oder so. Nein, ich check's voll, aber... Aber ich hab das, bis ich's dann gezogen und gesehen hab, auch schon voll vergessen, dass wir einen Creator drin hatten. Ja, ich war so... Hör, warte. Go. Wie ist das? Ja. Was? Ey, man ist wirklich... Äh, äh... Digga, ich... Äh, warte, warte. Naja... Digga, ey. Äh, Naruto. Wieso? Das ist wirklich so schnell. Ja. Sonderlohnblein. Ähm, ähm, kann ich ruhig sein, nein. Usu-Ui. Ähm, Alice in Borderland. Keine Ahnung. Du bist so gut. Hab ich den gelesen? Es war doch in der Crage. War ja voll die Storyline, Digga. Was ist dieser Stab? Alles gut, lass dich zeigen. Pause. Digga, das war Lone Wolf in Cup. Ich hab das nicht gelesen. Ich weiß nur, dass es um einen Älteren geht, um einen Jüngeren. Jetzt hast du die Edition und die ist teuer. Aber warte, warte, warte. Jetzt kommt Big Brain Moment. Und zwar, hier ist ja dieses Girl nach und wie ist das? Und er ist ja ein Wolf. Deswegen solltest du nicht malen, dass ihr darauf... Das ist ein Wolf? Ja, aber es ist ja egal. Es geht ja nur darum, dass ihr auf den Wolf kommt und das ist ein Cup. Der Gedanke ist halt eigentlich... Digga, ich wusste nicht, wie ich es malen soll. Der Gedanke ist halt eigentlich okay, aber das ist viel zu kompliziert. Digga, ich kenn das ja nicht, was soll ich malen? Was soll ich jetzt einfach versuchen, ein Wolf zu fallen? Egal, einen Pumpsen. Digga, mal meinen Wolf, das war der erste Versuch. Und dann dachte ich, das sieht aus wie... Das sieht aus wie dieser Dore-E-Dore-Kopf, den vorhin denkst du, Mathematiker. Ja, lass. Lachen, ein Wolf, das ist ja nichts. Lach nicht so, ja... Glasser, 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 glasser... Lachen, glasser. Ja, ich werde ein Demon Slayer... Ich werde ein Wolfen Europa hinunter, aber... Ja, ich werde ein W Loch in the pedir... Ja, ich weiß nicht, weshalb wir das machen. Ach, nee, warte. Ach, ähm, ja, ist es hier, wie heißt es, Inuyashiki? So, still. Keine Ahnung, was soll ich das machen? Nein, ich kann nicht, nein, ich weiß es nicht. So, vielleicht aus dem Dörtermil was rausmachen? Nee, das ist halt... Ja, aber One-Punch-Man? Ja, das ist schon... My Hero? Ja. Ah! Superhelden! Scheiß auf My Hero beiden. Nein. 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 Nein, das geht so. Ani-Manga-Sin. Ich schreibe dazu nicht ein. Ani-Manga-Sin. Downfall. Ähm, Sanitas? Ähm, Pumon? Mox. Was ist das, wie soll ich dich denn malen? Ach, okay, das ist das Scheiß. Scheißhaufen. Ey, aber immerhin zwei diesmal. Gut. Go! Boah, noch ein paar Millionen. Ähm, ähm, ähm. Echt? Boah, boah, boah! Ist das ein Kamerastrott? Das ist traurig auf mich gerade, das ist unser Buf. Unser Buf. Das ist Century Wars? War Hero. War Hero? War die Karten? War die Karten? Jawohl. Nein, mach einfach weiter. Scheiße. Kein Burdon. Nimm einfach die Burdon. Das habe ich schon kurz gesagt. Hunter, Hunter, Hunter. Ist das ein Hufen, was so ein Strahl ist? Nein, okay. In your Shiki? Jetzt auch. Gibt es noch einen Tipp, die man geatmet? Ja. Ist das Anima noch? Tokio. Boah, ja, okay. Aber die Maske oder so. Der Tokio Tower, oder? Ja, das sollte der Tokio Tower sein. Okay, Team 1, Runde 2. 2. Warte, ich mach den Timer. Okay, und go. Hab ich den Timer an, ja. Hast du den Stift? Wo ist der Stift? Wo ist der Stift? Ah, hier. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Lass, 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 lass. Ja, pass, pass, pass. Wir machen gleich. Blue Box. YouTube. Janoway, Noah, Animano, Baka. YouTube. Tori, Mox von Mox Manga. Metal, keine Ahnung. Samurai. Sörin, hä? Äh, Ontan. Ne, wen haben wir noch? Wen gibt's noch? Harut. Äh, hä? Oh, wer hat ein Pflaster? Lässt. Hä? Oh, was seid ihr blöd. Ah, Tom. Ja. Ah, wusste ich nicht. Oh. Ich finde, das YouTube-Logo zeichnet nicht richtig, ehrlich gesagt. Oh, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist jetzt schon. Genius, ne? Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Scheiße, Manga. Der hat ein Körbchen runtergefallen. Meist da, ne? Äh, Billy-Bad. Ja. Hä, wie gut. Der hat die Zähne gekriegt. Okay, ey. Du hast ihn wieder reingeworfen, aber Gott. Äh, oder? Scheiße. Dr. Storm. Scheiße, nix, ey. Keine Kenne. Ich seh nichts. Scheiße. Aber ein Zauberer. Wie heißt das? Wilshed Atelier? Ne. Orient, Magi. Magi. Keine Ahnung. Lange Haare. Schwert, Symba. Dark Souls. Clemour. Berserk. Vagabond. Oder Schwert. Ja, Schwert. Und... Innocent. Oh, was war das? Schade, dass ihr geschmult habt. Das ist Vagabond. Was? Hab ich das nicht gesagt? Ja, okay. Der hat einen Zopf. Der hat einen Zopf. Anstatt die Atelier zu machen, war es in 10 Jahren. Hab ich das Vagabond nicht gesagt? Was? Hab ich das Vagabond nicht gesagt? Ne, ich glaub nicht. Ich hab's so... Hast du Vagabond gesagt? Hast du bitte B? Ich hab doch Vagabond gesagt, oder? Ich hab doch Vagabond gesagt, oder? Ich glaub, ich hab's gesagt, oder? Nein, ich glaub nicht. Und ja, jetzt kommt die Wiederholung, Leute. Vagabond. Ich hab's so nicht gesagt, aber ich glaub, ich hab das gesagt. Aber ich dachte, ich hab alle Schwertmacher genannt. Okay. Oh, und Peace. Los, los, los. Also, es geht schon los? Ja, ja, ja. Du musst sagen, Vagabond. Oh, Scheiße, wie mein ich das? Oh. Oh. Bluffzeug. Äh, Token Revengers. Token... Oh, okay, das ist der Insider von gestern. War dann grad... Oh, fuck, Digga. Toi, jetzt muss ich das... Jetzt bin ich... Ich hab keine Ahnung, Digga. Ist das ein Robot oder eben? Ähm, Homunculus. Hä? Nicht? Nein, das ist der eine Homunculus. Wo gibt's denn, Utter? Äh, Pluto. Der ist ein Kryptos. Das ist halt echt. Das ist halt echt. Wer hat denn da? Der ist Basti-GHG, oder? Egal, Jashiki. Basti-GHG. Das ist halt echt. Äh, äh... Evangelion. Ahhhh. Evangelion. Basti for real. Oh, oh, oh. Hast du. Aber ich find das stark gemacht eigentlich. Minecraft-Skin-Evangelion. Ich hab den. Hunter, Hunter. Oh, nein. Oh, Alter. Sehr strong. Holy shit, ey. Da ist alles geschummelt, Alter. Die sind Gewinner der Herzen. Ja, die haben sich bestimmt nicht die Zettel gezeigt oder so. Spass, Spass. Ich weiß, ich hab keine Ahnung. Äh, Wandel des Schloss. Get to go attention. Oh, Spass. Wie soll ich das zeichnen? Ah, so. Hä, aber das war richtig cool. Das ist strong. Ey, Digga, Evangelion hat mich geholfen. Das ist das Evangelion. Ich find's eigentlich geil. Vielleicht komme ich auf die Idee. Vielleicht kommt doch das aufs Pfappen, ey. Ich überleg, ich überleg noch. Ey, das war übel krass. Vor allem auf die E2 einfach sofort gewusst. Krass. Ey, ich fand fein meinen... Nein, diesen riesigen Pferd. Ich fand fein meinen, ja. Mein Make-up-Born nicht schlecht. Ey, diese Haare, die haben mich gekält. Ich sag' ja nicht. So, wie ready? Go. Okay, ähm... Boah, ähm... Monster. Ja. Was? Das ist, das ist das eine Buch. Das ist das eine Buch von Monster. Ich hab' auch völlig guten Mangel die ganze Zeit. Ist das ein YouTuber? Und zwar... Mette... Mette... Max... Mox... Mange... Nochmal, keine Ahnung. Daniel! Hä? Wie treffst du das? Zu sich immer auf. Ach so, äh... Ach du Scheiße. Ähm... YouTuber! Ah! Noch einer! Äh... Janice! Ja. Vor allem... Wo ist der Unterschied zu mir? Es ist ja fucking alles gleich. Äh... 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 Was ist der erste mit mir hier gefunden? In Food Wars. Berserk? Ja. Ist das Riga da? Äh, es ist ja ein großes Schwert. Ich hab' auch die ganzen Leichenmangel. Äh, ich hab' die Karten geschrieben. Ja, komisch. Äh... Äh... Gipfel der Götze. Ja, hat sich auch im Kopf. Äh, äh, äh... Jetzt zieh' ich durch. Echt? Das ist übrigens krass. Hab' ich die Zeit? Käfer. Ah, ist das... Insekt. Ist das ein Auge? Äh... Auge. Äh... B-Movie. Wie ist das nochmal? B-Movie. B-Movie. Ja. Okay. Und... Go! Komm schneller. Ja, Alter! Oh! Da ist der psychologische Druck anfängt. Scheiße, ist das so gemacht. Kein Druck, kein Druck. Und Detective Common. Äh... Er zeigt uns, äh... Er zeigt uns, halten. Ähm... Raffi, äh... Und Peace. Äh, Blue Period! Selber als Raffi. Okay, okay. Ich dachte, du meinst eine Ocarina gerade. Das war im Hinblick. Ich dachte, das wäre ein Mensch oder so. Ey, das ist mega gut. Hier mit der Farbpalette. Oh! 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 Machen und nicht nörgeln wie Animanga Essayen. Ah, warte. Ah, okay, ja. YouTube. Oho! 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 1 zu 1, Oho! 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 Klassisch! Oho! Scheiße! Oho! Ähm... Okay... Warte... Scheiße, wie macht man das? Es... Was? Es ist ein Luftballon! Luftballon... Balloon... Nana... Äh... Ballon oder was? Es ist... Ballon oder was? Ähm... Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Fuck. Mal doch einen Ballon daneben. Kindergeburtballon. Was der Baum heißt? Kindergartenrohr. Was ist das? Konnenspeil oder was? Keine Ahnung, Mann. Ne... Also... JoJo. JoJo! Was soll das sein? Das ist ein Jojo! Alter! Nach unten... Moment... So ist es ein Jojo! So ist es ein Jojo! Du hättest einfach so diese Pose mal mit so ein paar Fingern... Ja, hier! Alter, ich kenn's halt nicht, keine Ahnung! Pose! Haben wir nicht den ganzen Tag JoJo-Pose gesehen? Ja, mal mal so eine Pose! Ja, ja, safe! Ne, aber... Hold my mind! Entschuldigung! Hier, das war Ultragrohr. Ja, so eine Pose sozusagen. Go! Äh, äh, ähm... Sun Village? Nein! Fuck! Äh, 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 äh... Äh, 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 äh... Frieren! 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 Frieren hast du aber gut gezeichnet. Blue Box? Nein! Gameboy, also... Ach, Pokémon! What's in the video? Lugio? Ja! Ah, wow! Ja, wow, ne? Wow! Wow! Ihr seid ja richtig gut! Das spricht hier einmal nicht so dumm! Ich frag nicht, weil... Schreib schnell hin! Ähm... Ich weiß ja, wann schönes Logo davon aussieht... Äh, hier, äh... Fairytale! Fairytale! Pokémon! Attack on Titan! Naruto! Arden! Ähm... Das Logo! Ganz... Bis auf den Austausch! Ich hab nichts... Gerne Ahnung! Lugio? Lugio? Soli, halt! Keine Ahnung, wie es aussieht! Das hast du ja auch nicht gelesen! Weder gelesen noch geguckt! Aber... Achso! Ich hätt da irgendwie so ne... Fliegende... Ja, das... Ich weiß auch nicht, wie... Ich weiß auch nicht, wie ich eine Seele zeichne und so... Einfach so ne... Quasi so ne... Bubble, die irgendwie... Genau! Ja, ist echt einfach, ne? Ja, ist ähnlich einfach wie bei Sock und Billy Bad, finde ich! Und... Go! Was war das? Pokémon! Ja, Leute! Ihr habt so einfacher Begriff für... Ja, oder? Ja, oder? Ich... Ontan? Ich? Mel? Tobi? Eins, zwei... Äh... Pizza? One Piece? One Piece? Nein! Pizza! Das ist ja so ne Pizza! Äh... Hä? Was für ne Scheiße? Wie isst du dich Pizza? Äh... Black... Butler? Black Butler? Nein! Äh... Food Wars? Nein! Irgendwas mit Meldet! Was? Äh... Äh... Vinlandshöger? Nein! Mach mal dieses Dollarzeichen an! Äh... Nami? Nein! Keine Ruhe! Mach wieder nichts! Ich hab's ja mit Pokémon verbinden, so... Gibt's irgendwie... Black-Eddish? Äh... Noah! Noah? Ah, Slam Dunk! Real! Haikyo! Digga... Digga, das Land der Juwelen, Alter! Ey, was soll das Schwarze sein des Landes? Also, hier... Warte, ich erklär... Okay, hier ist Land... Das ist ein Hiffen! Deswegen ist das teuer! Land... Das ist ein Juwelen und die sind teuer, Digga! Go! Helsing? Ich hab's... Ich hab's... Chainsaw Man! Oh... Oh... Helm... Boah... Ah, Slam Dunk! Ich dachte, der ist so Stoppschild oder so... Stoppschild oder so... Stoppschild! Ich wollte Stoppschild, was es vierkig ist, Digga! Naruto? Er... 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 Sailor Moon... Er... Sailor Moon... Er... Aber eigentlich verschauen wir es selber so... Ja, genau... Er... Okay... Er ist ja ein Goldfutsch, Alter... Er... 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 Oder... Er... So... So... », »,££££££££££££££££££££! Ja? Nie Mano. Ey, ich hätte jetzt eigentlich noch gewartet, ob es noch weggekommen wäre. Okay. Lass die Zeit. Ich hab da keine Ahnung, deswegen. Kannst du mit dem Namen irgendwas anfangen? Kannst du mit dem Namen nennen? Schreibe auf den Namen hin. Blood on the Tracks. Ah, Museum. Kiff der Kellenzeit. Golden Kammer. Solange. Blame. Jovan Tore. Blue Period. Innocent. Innocent! Ja, die ist doch voll oft. Wir haben doch bereits gesagt. Ey. Wo was esse ich gemacht? Äh, Bluelocked, Awashi. Anneschan. Äh, Tsubasa. Tsubasa, Super Kickers. Kickers. Nein. Awashi. Haikyu. Bluelock. Ball. 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 Äh, Tor. Schießen. Basketball. Blue Box. Blue Box. Wo ist John? Oh. Runde 2 ist zu Ende. Runde 3 geht weiter. Da wir nicht so viele Zettel haben, ist nur noch ein Teammitglied aus jeder Runde dran. Und dann haben wir das Gewinnerteam. Okay. Let's go mit Team 1. Letzte Runde von Team 1. Komm mit. Pssst. Go. Mach entsparen. Keinen Stress. Boah, Bruder. Attack on Titan. Dann, dann, dann. Die Klammerfocken. Biss. 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 Sorry. Die Klammerfocken. Boah, das kenne ich dir immer. Ja. Es ist so the opposite. Ohja, pss. True. Food Wars. Alles klar, wir haben verloren. Was? Ja. Killer inside. Nee, so irgend Mörder. Ja stimmt, Mörder! Es ist ein Mörder. Sakamoto Days. Da geht es eigentlich nur um Küchen. Cut my finger. Cut my finger, 2 in a harsh dimension. Frosch? Museum! Museum! Als hätte ich nie draufgekommen. Ne, ich habe so ein Frosch jetzt. Frosch fand ich dann. Dann sollte das erste da ein Frosch sein. Auch Museum. So 2. Bleach, High Q. Demon Slayer. Ein Auge, Shanks in One Piece, nein. Warte, ein Auge fehlt. Das ist eine Bowlingkugel. Kartoffel. Tenshinan. Drittes Auge. Jo Jo Hakusho. Stirn. Woher? Kommt keiner von euch drauf. Woher ist das? Loch im Kopf. Ah! Auge zu halten. Keine Ahnung, Junge. Aber Museum und Homunculus. Ich weiß nicht wie ein Frosch aus dem Kopf war. Der Frosch ist strong. Ja der hier. Der wirklich nicht. Aber ich habe da immer so Killer. Und Homunculus. Und Homunculus. Bruder, was soll man da machen aus dem Auge und Loch? Ich glaube wir hätten es vielleicht auch einen Bohrer hinmalen müssen. Ah stimmt. Ja genau. Ja genau, genau. Ach vor Raiden, weil ja auch wieder die leichtesten bekommen wird. Okay. Team 2. Letzte Runde. Egal, das ist ja auch richtig in Form. Ready? Go. Ähm, Wittlandsager? Ja. Aber so ein Buttermesser. Komm, was ist das? Ähm. Montan. Harut. Wie ist das denn? Ein Dillenge. Witt haben wir denn noch? Wie sind das? So denn? Egal diese Beine. Komm, komm, bitte. Tori? Ah, ich weiß genau, woher ist der? Mann, wo ist das denn? Es ist Mette. Ich kenne das. Wer hat denn noch ne Brille? Ähm... Wir haben Ortan, Haarot... Wir haben doch hier alle in der Runde. Achso, ähm... Ja, Martin, oder nicht? Oh Mann, das war doch... Das ist richtig! Was heute? Ja, wir hatten den aber schon, ne? Ja, doch. Ihr müsst im Nachhinein sagen, ob ihr es nehmt oder nicht. Hatten wir auch schon. Achso, ja... Ja, willst du halt auch tippen? Äh, bis ans... Oh Mann... Einfach gleich ne Hase... Naoto... Haikyuu... Ah, real! Aber ich hab bei dem einen länger... Doch zählt... Nee, nee, das zählt nicht mehr. Ich will dann sagen, wenn ich stark vermute... Scheiße! Hast du noch besser? Ich mach zwei Versionen! Nee, du musst jetzt einmal, was bei Gleichstand? Gleichstand? Ja, stimmt, du hast recht! Bei Gleichstand schneidest du einfach einen Punkt von irgendjemandem raus, wie gut das ist. Und das war Erkenne den Manga! Gewonnen hat natürlich Team 1! Ja! Und das war Erkenne den Manga! Gewonnen hat natürlich Team 1! Und übel krass! Es ist ein Unentschieden geworden! Nee, es ist Mono Scheiß! Also Team 1 hat gewonnen! Oder hier ist der Punktgestand! Sehr nice! Vielen Dank euch für's mitmachen! Das Schneiden dieses Video wird übelst anstrengend! Aber ich hoffe es macht Spaß! Machst du gerne! Ciao! Cool! Cool!